Herzlich Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Ich dachte, ein schönes Intro mit wundervoller begleiteter Musik kann nicht schaden. Ich meine, guckt sie euch an. Komplett verletzt, bedeckt mit blauen Flecken und Blut, aber gibt nie auf und spielt die Macht für uns. Ja, ähm, das war's mit dem Intro. Wir gehen mal lieber weiter. Wir müssen unbedingt mal so einen Bandabend machen in dem Camp. Ich hatte ganz kurz geguckt gehabt, äh, hier, man kann nicht schnell reisen. Das heißt, wir können nicht speichern, bevor wir rausgehen aus dieser Ecke. Ich werde das die ganze Zeit testen müssen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, wenn wir da rauskommen, bestimmt von Wachen empfangen werden. Und diese Wachen bestimmt deutlich stärker sind als wir mit unseren, ähm, was sind wir insgesamt? neun, zehn, elf Lebenspunkten, die wir alle zusammen haben, ohne Schnellreisen machen zu können? Ich kann immer noch nicht, ne? Nein. Ich denke mal, wenn wir hier rausgehen, kann ich bestimmt. Also müssen wir ganz vorsichtig hier rausgehen. Ich hoffe, 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 hier wartet niemand auf uns. Könnten wir ab hier reisen? Ich kann gar nicht reisen. Dann bin ich jetzt, ähm, überfragt. Dann können wir eigentlich nur Lebenstränke nehmen und beten, 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 dass das reicht. Haben wir genug Lebenstränke? Ich will eigentlich nicht alle verschwenden. Ansonsten, wenn wir genug Versteckzauber haben, also Unsichtbarkeitzauber, könnten wir damit auch rausgehen. Aus dem, wir haben doch den Geheimgang entdeckt, da könnten wir rausgehen, da müssen wir nicht durch die ganze Kirche laufen. Wir können einmal gucken, was ist das? Ah, das befragt nur Zustände, ich dachte, vielleicht würde uns das heilen. Den Trank könnten wir nehmen, aber ich finde, das wäre eine Verschwendung. Also wir haben hier drei Tränke, drei gute jedenfalls, und halt die sieben schlechten. Du hast drei, du hast sieben normale, und du hast vier. Du hast unsere Unsichtbarkeitstränke. Ja, er hat zwei. Das bringt uns aber nicht viel, wenn wir nicht insgesamt vier haben. Das wäre blöd. Haben wir noch mehr Unsichtbarkeit? Ähm, unsichtbares Sehen haben wir. Na toll. Hat irgendjemand, hat irgendjemand noch Unsichtbarkeit, äh, Zauberrollen oder sowas? Ja, Unsichtbarkeit. Berühre eine Kreatur, um sie unsichtbar zu machen. Angriffe gegen sie sind im Nachteil. Das ist zehn Züge, das müssen wir also relativ nah benutzen am Ausgang und dann uns hinschleichen. Das wird, äh, schwierig. Wie war das noch mit Aufteilen? Achso, äh, so. Und einmal Stapel teilen. Eins, denn Astarion nimmt den... Zaubertrank, also das Amulett. Wir kriegen eine Schriftrolle, Schattenherz auch und... Oh, ich hab's fast benutzt. Und Laselle kriegt einen davon. Hier, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Und zwar muss ich einmal spähen. Wo sind hier Gegner? Ab wann zählt das? Oder können wir Schnellreise machen? Wenn wir von hierhin kommen und Schnellreise machen können, dann... Könnten wir denn kommen? Ich sehe... Also hier sind ja auf jeden Fall Feinde. Ich würde auch gerne den Typen da bekämpfen. Oh, die stehen auch schon da. Ja, ja, die warten. Können wir Schnellreise machen und dann... Huch, das wollte ich nicht. Können wir Schnellreise machen und dann eventuell... Achso, äh, nicht wundern. Ich hab einen zweiten Charakter gemacht und hatte mir für den so extra Sachen runtergeladen. Ich werde die nicht benutzen, die hier sind. Wie zum Beispiel Crossing Trance. Ich weiß gar nicht, was das ist. You can select a can... Cantrip from Arcane's Palace. Okay. Also die werde ich alle nicht benutzen. Also keine Sorge. Wir spielen das alle normal. Äh... Ich gucke mal, ich gucke mal. Wo ist denn hier... Hocken, da. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube... Moment, Moment. Wir müssen bei allen Hocken machen, sonst machen die das nicht. Das wäre nicht so gut. Asarindo auch? So. Okay, wir werden erst ab da gesehen. Können wir... Reisen? Können wir abhauen? Können wir nur innerhalb der Krippe... Reisen? Wir können nur innerhalb der Krippe reisen. Oh! Wir können... Wir können von hier aus Tag beenden! Oh mein Gott! Danke! Gott sei Dank! Hopp! Okay. Jetzt können wir... Ich wollte gerade sagen, wo sind wir denn jetzt? Wir sind im Lager. Okay, dann können wir danach vom Lager weggehen und dann können wir die auch bekämpfen. Das ist dann kein Problem. Nevermind. Puh! Gott sei Dank! Ich hatte echt Angst, dass wir das nicht hinbekommen. Äh, dann gehen wir erst mal schlafen und dann... Obwohl wir sind gerade Tag beenden... Es ist schon nachts, dann können wir jetzt mit allen reden. Ah! Denn im Prinzip hat sie das schon irgendwie getan, oder? Ja, ähm... Wir gehen mal lieber. Wir können nichts zu ihr sagen. Tut mir leid. Oh, Gale! Hey! Willst du mal wieder was essen oder so? Das ist schon lange her. Der Inquisitor war der... Ähm... Boss, ja? Ja, ja, ja. Also nicht der Boss, aber es war dieser komische Typ, mit dem wir gekämpft haben. Bei dem wir mit etwas einem HP überlebt haben. Mit zwei... Mit zwei. Sie hat noch zwei HP. Sieht furchtbar aus. Sieht aus wie diese Matsch-Tattoos oder so. Die man sich als Kinder aufs Gesicht gemalt hat, weil man cool sein wollte. Ist Mistra immer so eine anspruchsvolle Göttin? Oh. Hatten wir das schon vorher zu fragen? Haben wir das mal gefragt? Gale? Sie ist bestimmt immer so anspruchsvoll, oder? Ich schätze sie sehr so ein. Ah, wie furchtbar großzügig sie doch ist. Ach, Mann. Ach, Mann. Und, äh... Doch. Doch, Gale, das würde sie. Ich denke schon, dass sie das von dir verlangen würde. Auch wenn das nicht unsere einzige Überlebenschance wäre. Denn, ja. Wir haben ja gesehen, wir haben andere Optionen. Und, äh, wir hatten beispielsweise sogar Raphael als Option. Und das ist nicht... Also heißt das, es gibt schon mal zwei Chancen. Nicht nur eine, ja? Also... Und sie ist eine Göttin. Sie könnte uns von sich selbst helfen. Also, sie soll aber ein bisschen... Ja? Geh, wir machen das. Okay? Ja, wir lassen dich nie sterben. Äh, wie fühlt ihr euch? Es kann nicht einfach sein, der Möglichkeit des Todes gegenüber zu stehen. Oh, you know me, never the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb stated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. Won't be a distant bang in the footnotes of history. I think we've overstayed our welcome in this place. If we ever truly had one to begin with... Ähm... We should leave. Ja. Das ist mein Plan, Schattenherz. Ja, das ist mein Plan. Danke für deinen Input. So wundervoll hilfreich, wie immer. Ich geh mal ihm. Oh, Will möchte... Nein, Will möchte nichts von uns. Das ist nur dieser Bug wieder, oder? Oh, Atharion, hallo. Mit dir möchte ich sowieso immer reden. Nicht? Das stand im Kleingedruckten. Hättest du besser lesen sollen? Ich hab dafür... Ich hab unterschrieben. Kann ich ihn wieder zurücknehmen. Ich find's gut, wie seine Meinung sich so... Ähm... Von einem auf den anderen... Wie so ein Schalter umändern kann. Erstmal beschwert er sich, oder er ist grad traurig, oder sonst was. Und dann sagen wir... Hey, willst du heute von mir trinken? Oh, natürlich, du liebliches Ding. Das ist super. Na, komm. Wir können den Kratzer mal wieder streicheln. Das ist ne Weile her. Ah! Du redest mit mir! Das hab ich jetzt nicht erwartet. Wir haben aus Versehen den Sprechtrank getrunken, ne? Für die Tiere. Deswegen. Oh, wir können... Tut mir leid, was mit deinem Meister passiert ist. Oh, jetzt können wir auch mit ihm reden. Mir ist nie in den Sinn gekommen, mit ihm zu reden. Oh. Du bist so tief beschundend. Oh. Ich bin auch froh, dass du hier bist. Komm her, ich streiche dich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Hunde in echt sprechen könnten, fände ich das super seltsam, wenn wir die streicheln würden. Das ist ja so, als ob ich zu einem Menschen einfach so in der Öffentlichkeit gehe und sage, oh, komm mal her, ja, bist du ein Feiner, ich kratze deinen Kopf, ja, 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 machst du gut. Oder hinterher, boh, streicheln oder kratzen oder so. Ich meine... Das wäre einfach seltsam. Ich weiß nicht. Sprechende Tiere sind seltsam, sind cool, aber ich glaube, das wäre mir in echt zu seltsam. Ach, die kann doch sowieso nichts. Wir wissen doch schon, sie... Also ganz kurz, ich gehe mal wieder ran, weil... Ah, der Winkel ist nicht mehr so schön schade. Er hatte gerade einen richtig geilen Kamerawinkel. Und, äh, Will, die Wut kriegen wir sowieso ab und... Eigentlich ist die Wut auch relativ egal. Ah ja, halt, dann hast du auch mal was Neues zu sagen, oder... Stehst du einfach nur da und isst unsere Ressourcen? Bist immer muskulöser, trainierst im Lager, triffst alles auf, die ganzen Haferflocken, die jenige, weiß was ich was nicht alles, Grashüpfer vielleicht noch dazu. Aber redest nicht mit uns. Hast du vielleicht mal endlich was? Du hast schon wieder nichts zu sagen zu uns. Genau deswegen ignoriere ich dich auch immer. Mann, du bist langweilig. Du, guck dich an. Du bist langweilig. Verdammt nochmal. Aber mit Lazarus muss man auch nicht reden. Ich hab mit allen geredet, oder? Ja. Ich geh jetzt schlafen. Ich bin traurig. Nee, sind die alle... Ach, die sind alle mir zu ungesprächig. Also heisen ist mir zu ungesprächig. Wie soll ich diesen Charakter mögen? Wenn... Was? Warum leuchtet die alle? Der Schlafleuchter. Das ist das gute Nachtlicht, war du eingeschaltet. So, jetzt können wir wenigstens rausgehen und jetzt sind wir auch bereit zum Kämpfen, wenn wir müssen. Das ist gut. Vielleicht sollen wir das ganze Hain abschlachten? Wird bestimmt schwer, aber irgendwie hätte ich Lust drauf, das ganze Hain abzuschlachten. Wenn ich ehrlich bin. Als erstes fangen wir mit denen hier an, weil unsere Hände drin können wir ausrauben. Ja, ja. Wir werden euch alle abschlachten. Werden euch abschlachten. Oh, stimmt. Ja, das geht nicht. Uh, könnten wir mal einen neuen Bogen benutzen? Feuer. Für beide? Nice. Ist die Schaden gemacht oder ist es gegen? Die sind alle ganz schön hoch im Level, also das ganze Reich... Das ganze Reich, die ganze Krippe hier abschlachten ist vielleicht gewagt, aber könnte sich lohnen. Erst recht der Typ da hinten war und diesen kleinen Jungen da umgebracht hat. Wisst ihr noch? Der getan hat einen auf, im Militär müssen alle hart sein und wenn sie es nicht sind, dann ist es keine Schande, dass sie sterben. Der muss auch sterben. Zu dem gehen wir als nächstes. Erstmal die hier alle. Hatte ich ja nicht gespeichert. Ich sollte speichern. Ich glaube, ich habe nach dem Schlafen nicht gespeichert. Moment, ich bin fast schon wieder tot. Wieso? Wieso bin ich fast tot? Lazzell, das... Ja, Lazzell ist uns sowieso keine guten Leute, wenn sie versuchen, dich umzubringen. Hier, entwaffneter Kampf. Bitte, 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 Klappe. Ah, war bereits zum Karrieren. Leider ging das nicht. Wir versuchen es noch... Ne, wir versuchen ablenkend. Berg von Astarion, bitte. Uh, das hat auch gut Schaden gemacht. Ich will es einmal nochmal Akro werden. Nahkampf geht ja leider nicht. Dafür sind wir zu weit weg. Na komm, verlier deine Waffe. Ja, sie hat die Waffe verloren. Können wir das gleiche nochmal bei ihr machen? Komm schon, verlier deine Waffe. Verdammt, die hat pariert. Hinkommen wir doch näher ran? Ne, ich wollte gerade sagen. Schade, aber... Nice. Könnte ich das bitte ihr nochmal geben? Oh, ist das nur für uns selbst? Ich glaube, sammeln wäre für die anderen gewesen, ne? Schade, verdammt. Egal. Ey! Wer hat denn dich eingekampft? Eingeladen zum Kämpfen? Was soll das? Und jetzt dommelst du dir auch noch. Lass uns doch hier in Ruhe Stress verursachen, ohne dass du von hinten anfängst. Trau dich und komm wenigstens nach vorne, du Feigling. Wo bist du hin? Da. Ne. Der war das, oder? Die? Der? Ich weiß nicht, wer das war. Okay, Schattenherz. Kannst du einmal bitte Heilung? Was genau ist mit Astarion los? Oh, das gefällt mir gar nicht, der Anblick. Oh, wir können ihm helfen? Ne? Kann ich lieber einen Toten holen oder so? Ich kann halt nur Leute wiederbeleben. Das ist ärgerlich. Sonnenstrahl. Wenn ich den Sonnenstrahl auf Astarion machen würde, stirbt er dann direkt? Also, das ist ein bisschen grauenvoll. Aber, ähm, er ist ein Vampir, so. Wir versuchen es mal. Also, Astarion sollte jetzt eigentlich nicht getroffen werden. Diese komischen Angriffsdinger sind nicht bei seinem Punkt unten. Ne, das hat ihn nicht getroffen. Sehr gut. Helfen können wir ihm nicht mehr. So, du. Der Strahleimer, der ist super. Und bei ihr auch einen. Perfekt, einen haben wir. Wie hat die? Die hat auch nicht mehr so viel. Was haben wir? Wilde Magie. Ich bin verlangsamt. Na toll, danke. Ich wollte auch sehr gerne langsam. Können wir nebenbei spielen? Mitten im Kampf am Gang zum Spielen. Ey, ich wollte nicht aufhören. Oh, spielt sie weiter? Sie spielt weiter. Mitten im Kampf spielen wir einfach. Ey, ich war am Kämpfen und am Spielen. Was soll das? Du Langweiler. Und ich bin tot. Du hast den Baden umgebracht. Das macht doch niemand. Baden müssen respektiert werden. Die Saison für Freude im Leben. Aber nein. Ey. Kann ich... Ich kann mal einen Waffnet einen Schlag machen. Wieso? Ach, weil es extra in den Griff ist. Und... Okay, das macht trotzdem. 17 bis 30. Danke. Hast du verdient zu sterben. Na komm. Ah, Fehlschlag. Schade. Es hätte uns genau die letzten drei Schaden noch geben können, die gefehlt haben. Astarion. Kannst du bitte wieder... Geht's dir gut? Ich mach mir langsam Sorgen um dich. Ist das dieses Festhalten-Zauber-Spruch? Oh mein Gott. Greif doch nicht unbeweglicher an. Das ist unfair. Das macht man nicht. Hi, Linma. Weißt du was? Das war dämlich. Ich hätte mich heilen sollen. Ich kann wiederbeleben. Okay, wiederbeleben nicht. Aber das kann ich machen. Okay, wieso läufst du außenrum dafür? Und jetzt wirst du... Okay, du läufst statt da lang zu laufen. Außenrum? Und wirst dann geschlagen? Was ist dein Ernst, Schatzmeer? Das war jetzt deprimierend. Aber passt schon. Und du spielst bitte weiter. Wir brauchen Musik. Und Astarion ist immer noch gelähmt. Wie lange... Hör auf, den Bahn anzustießen! Lass mich in Ruhe! Lass mich doch spielen! Ich will das doch nur aufmuntern! Das sind langweiler, oder? Die können einfach Musik nicht wertschätzen. Nicht wahr sein. Dabei macht sie immer so komische Moves, als ob sie tanzen würde. So wie das gerade aussah. Oh, danke. Endlich bist du tot. Und du als nächstes! Auf da! Ah, sehr gut gemacht. Ach, er war so lange gelähmt, bis sie gestorben ist. Ist das personenabhängig gewesen? Interessant. Das wusste ich nicht. Aua! Wie viele Leben haben wir? 16. Nicht gut. Wir brauchen Lassel. Ah, und können wir bei ihr irgendwie mal mit irgendwas... Wir haben ja kein Geschoss mehr, außer das mit dem... Ach, 30% Chance ist jetzt nicht das Beste. Heilige Flamme. Warum nicht? Es hat nichts gemacht. Darum nicht, also eigentlich. So, wir gehen jetzt mal aus dem Weg. Das kann nicht wahr sein. Und wir trinken mal nicht den Zaubertrank. Wir haben noch zwei Gegner. Dann kann ich einfach gleich mich heilen. Lassel liegt da so rum. Das ist nicht so toll. Kratzer, kannst du Lassel helfen gehen? Wenn ich ihn da wiederbelebe irgendwo? So, einmal da wiederbeleben. Und jetzt spielst du bitte wieder? Asarin, geh nach vorne. Und zeig uns mal, wie gut du mit deinem Bogen bist. Was, ich verängstige mit dem Bogen. Das ist gut. Ist ein Anfang. Die ist echt zu faul, um sich zu bewegen, um uns weiter anzugreifen. Dabei waren wir gefühlt ihr Erzfeind wegen der Musik. Und sie hat schon wieder aufgehört, Musik zu spielen. Ich bin traurig. Was soll denn das? Und keine Bewegungsrate dafür. Schade. Naja, unser Bogen ist auch gut. Oder vielleicht auch nicht. Wir haben Fehlschlag gemacht. Komm schon. Noch Fehlschlag. Ey, hör auf auszuweichen. Gemeinheit. Komm, Astariya, nicht sterben. Och, sechs Schaden ist ja nicht schlimm. Hör auf sie zu sammeln. Sie soll sterben. Das geht so nicht. Greif sie an, Kratzer. Komm schon. Für dein Herrchen. Hirschschlag. Hör auf auszuweichen die ganze Zeit. Was ist denn mit ihr? Oh, können wir... Oh, können wir? Ja. Nice. Sie haben noch jemanden dazu bekommen. Geil. Finde ich super. Können wir da hochgehen? Dann können wir nicht. Dann eben so. Ach, komm, alles auf sie. Uh, fast tot. Nice, nice, nice. Können wir mit ihm da hochgehen irgendwie? Ja. Ein bisschen Highground wenigstens. Schon wieder Fehlschlag. Was weicht die denn so gut aus, die Dame? Warum ist unser Skeletten-Busch? Also warum auch nicht? Danke, dass du sie umgebracht hast. Das hast du gut gemeint. Okay, können wir da mit ihr hinlaufen? Ist das zu weit? Zu weit? Ärgerlich. Dann halt weiter bogen. Ist ja auch besser so, weil da vorne waren auch Gegner. Ich weiß nicht, ab wann die getriggert werden. Sind die denn genau? Ich weiß nicht, ob das ja erzählt, wenn wir da am Flur sind oder von außen aus schon. Da sollten wir aufpassen. Jetzt haut er schon wieder ab. Hat so viel Angst vor Kratzer gehabt. Kann ich verstehen. Trotzdem. Heiliges Stück. Können wir von unten ihn anschießen? Das ist halt Nachteil wegen niedriger Position. Aber wir kommen da nicht hoch. Also können wir es nur versuchen. Nur mal ein bisschen Schaden. Besser als gar nicht. Kannst du bitte einfach hochspringen? Kannst du bitte von hier hochspringen? Sehr anstrengend mit diesen Leuten hier. Sehr anstrengend. Dann spring halt. Sag mal. Dann halt nicht. Dann machen wir von hier. Komm schon. Tot? Nein. Sieben noch. Okay, Astarian. Du machst das jetzt hochspringen und du machst jetzt den Endkill. Okay. Ich will nicht sehen, wie du den Endkill machst. Danke schön. So, jetzt speichern wir einmal. So, wir machen beides. Und ich will unbedingt den Typen aus der großen Halle umbringen. Unbedingt. Gelootet hatten wir schon, ne? Haben wir heimlich gemacht? Ja. Einmal die Leute können wir looten. Ich will aber noch nicht zu nah daran gehen. Ich trau mich nicht. Ich hab Angst, dass das irgendwie... Da war eine gute Armbrust, oder? Wie gut war die? 2 bis 11. Wir können mal gucken, was LaSelle hatte für eine Armbrust. Vielleicht kann sie ja die bessere nehmen. Noch eine Armbrust. Äh... LaSelle einmal. Du hast... Macht jetzt irgendeinen Unterschied. Man kriegt eine Fähigkeit mehr damit. Das ist natürlich deutlich besser. Okay. Dann runter einmal. Eww. Und, äh... Oh, die ist ja nur noch ein Haufen Matsch jetzt, weil wir das Skelett geholt haben. Äh. Oh, das Spiel ist ab und zu so ekelhaft. Wir haben ein Skelett belebt. Und deswegen ist sie jetzt noch ein Matschhaufen, weil wir natürlich alles andere von ihr genommen haben. Oh, das ist widerlich. Du, anmutiger Stoff. Anmut der Katze. Du erhältst Anmut der Katze und dein Geschlechtigkeitswert wird um bis... Um zwei bis maximal 20 erhöht. Wenn nicht wie eine Katze. Du erhältst einen Bonus auf eins auf Geschicklichkeitswürfe. Das wäre gut für Astarion, aber ich glaube, die Rüstung hatten wir schon mal. Und die sah absolut hässlich aus. Wir können trotzdem mal gucken. Äh, das Schattenherz wird das nicht gebrauchen. Ich glaube, das war schlechter. Ähm... Feuerfeil. Feuerfeil haben wir schon. Zwei bis... Schallschaden. Feuerschaden. Ne, unser Stab ist genauso gut. Brand mal der Schwachen. Äh, wir können mal gucken, ob das einer von den anderen gebrauchen kann. Ich glaube, sie hat Heilung, ne? Ja, das braucht sie nicht. Und das, was wir haben, ist natürlich besser. Sie hat auch was Besseres. Und du, das Outfit. Moment. Moment. Rüstungstasse zwölf. Heimlichkeit plus eins. Da ist das natürlich besser. Oh, es sieht so hässlich aus. Oh, ich kann damit nicht umgehen. Das sieht so scheiße aus. Ist okay. Wir akzeptieren einfach, dass es grauenvoll aussieht. Tut mir leid, Astarion. Immerhin bist du immer noch rot. Oh, okay. Ähm, wir sind zu vollgepackt. Gewicht einmal. Und Laselle können wir beladen. Wir sind immer noch komplett beladen, ne? Ich hoffe, sie kann das abzutragen. Was ist das? Färbemittel. Wie ist denn so viel Färbemittel? Ob wir den verkaufen können? Kein Alchemiebeutel. Kann das Astarion haben. Kann ich sie nicht weggeben? Nein. Warum genau gebe ich gerade nichts mehr weg? Irgendwie hat das nicht mehr geklappt, das weiterzugeben. Ist in Ordnung. Dann eben nicht. Das ist eine gute Sack und so. Das ist noch eine edle Pude. Die haben wir auch schon. Die haben wir... Stimmt, die hatten wir ja auch schon ausgeraubt. Ein Schlüssel. Okay. Und wir sind wieder überladen. Wundervoll. Ah, jetzt kann es Deck geben wieder. Perfekt. Oh nein. Jetzt ist Laselle überladen. Oh, anstrengend. Dann raus damit. Ach komm. Wir brauchen nicht... Weg damit. Wir brauchen nicht alles an Rüstungen, die wir mitgenommen haben. Also wir brauchen nicht alle, die wir aufgesammelt haben. So, ich möchte unbedingt den Typen hier hinten umbringen. Unbedingt. Der hat es nicht verdient zu leben. Der war ekelhaft. Der war ätzig. Und wir retten jetzt den... Nicht wir retten. Wir... Rechen. Das... Den... Den... Den jungen... Angreifer. Wir rechen ihn. Der ist Stippe 73. Vielleicht sollten wir ja doch nicht rechen. Nein, wir rechen ihn. Auf jeden Fall rechen wir ihn. Ich ziehe das gar nicht ein. Und... Los da! Na komm. Geh näher ran. Was? In der Krippe haben wir auch... Oh, ich hab's gern gelesen. So, wir springen einmal. Und hier hin. Oh, wir haben einen direkt getötet. Nice. Das hat was gebracht, den Angriff zu machen. So, einmal so. War noch ein kritischer Treffer. Sehr gut gemacht, Astarion. So, kannst du auch einmal springen? Dass man einmal über die Leute rüberspringen kann, weil man so sich durchkommt. Nein, nicht die Tür zu machen. Hallo. Das habt ihr davon, dass ihr den Jungen umgebracht habt. Nur weil er nicht... Das ist schnell genug war mit dem Lernen und stark genug. Kann nicht wahr sein. Was? Was ist das? Mental zerrüttet. Ist bei Intelligenz... Ah, ist bei Nachteilwürfen. Verdammt. Ist okay. Können wir trotzdem. So, Arkaner Munition. Ne, das wollen wir jetzt nicht. Ich würde gerne entwaffnen. Das war ein Fehlschlag. Schade. Nochmal. Nice. Waffe am Boden. Sehr gut gemacht. Ne, da können wir leider nicht rangehen. Vielleicht kriegen wir den einen Tod. Komm schon, Lasel. Ah, die 10 Schaden. Schade. Die hätten wir doch bekommen können. Mentale Anweise. Was macht das? Damit wirst du niemals davon kommen. So, wir... Kratzer, geht mal hier hin. Der soll nicht angreifen. Ich würde ihn nur haben, falls einer von uns umfällt. Das wir dann angreifen können. Meine Verbündeten gewinnen bei Heilung die maximale Anzahl... Stimmt, das haben wir ja auch noch. Das müssen wir nächstes Mal benutzen, wenn wir richtig heilen müssen. Wenn wir keine Chance haben. Furcht. Oh, das ist das, was uns eben passiert ist. Wo ich mich so aufgeregt habe, dass wir das nicht haben. Aber im Endeffekt hatten wir es doch. Ah, und er hat leider widerstanden. Schade. Was willst du bei deiner Hand sterben? Du stirbst durch meine Hand. Komm her. Du bist jetzt der Erste, die stirbt. Das ist dich gar nicht ein, sowas mir sagen zu lassen. Ich kann dich angreifen? Wieso? Okay, du stirbst gleich bei meiner Hand. Nächste Runde stirbst du bei meiner Hand. Durch meine Hand. Wieso beide meine Hand? Na komm, traut euch mich anzugreifen. Bleibt nicht so weit hinten. Wie greifen die jetzt alle meine Waffe an? Oh mein Gott, ihr greift alle die Waffe an. Entspannt euch mal. Asarion? Es wird mal wieder Zeit für Nahkampfangriff. War er fast tot? Oh, ist nicht tot. Äh, macht doch nicht so Geräusche. Oh, ich wünschte, er würde noch, dass das Skelett so heißen würde, wie die Gegner, aus dem wir das Skelett gemacht haben. Das wäre mega. Dann würden wir einfach, oh, das wäre so salz in die Wunde drücken, von denen zu sehen, dass einer von deren Leuten sie angreift und nur als Skelett rumwandert. Eigentlich ist das ziemlich grausam, aber ich fände das super witzig, wenn wir das machen könnten. Das wäre so richtiges, ich habe die Macht, so richtige. Ich weiß nicht. Machtpositionen einnehmen, wenn man sowas machen könnte. Mental einfach die Gegner auch noch fertig machen. War das der, der Angst hatte? Ja, ne? Ja. Nice, ausgerichen. Nice, ja gut gemacht. Äh, du bleibst weiterhin hier? Kannst du noch, du kannst noch mal Furcht nehmen, theoretisch. Ich kann ein bisschen nach vorne gehen und für alle hier vorne Furcht machen. Mal sehen, bei wem es funktioniert. Das ist ja richtig OP, das muss ich viel öfters benutzen. Dass die Waffe dann auf dem Boden landet, das ist, das ist krass. Das ist voll unfair. Ja, schade, viel schweig. Da hast du recht. Können wir das so machen, dass wir nicht unsere Leute treffen? Die Waffe ist egal, aber die drei wenigstens. Nice. Langsam kommen wir richtig gut klar mit den Kämpfen. Das ist sehr angenehm. Nicht Panik zu schieben, weil man nicht weiß, was man nehmen soll. Schade, nicht ganz tot. Ist aber in Ordnung. Vielleicht kann er den Rest geben. Schade, Fehlschlag. Hey, was für Krone des Wahnsinns. Was macht das? Oh. Oh, nicht. Oh. Außerlich, das ist eine Lüge. Du kannst gar nicht dreimal angreifen. Wir haben das schon aufgebraucht. Unfair. Was ist da, Rion? Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Steh auf. Und du gehst Richtung Astarion, bitte. Warte, wir hätten nicht Richtung Astarion gehen sollen. Lasel macht ja gerade Angriffstour. Egal, egal, egal. Wir machen das. Na komm, lass die Waffe los. Warte, lass die Waffe loslassen können. Komm, wir holen die spirituelle Waffe wieder. Ist immer gut, eine extra Hand zu haben. Beziehungsweise ein extra Schwebevieh. Hey, die ist gerade auf eurer Seite. Greif sie nicht an. Welch halt. Ne, ich würde gerne nochmal diesen Ball werfen. Oder. Ich muss mich anders positionieren. Vielleicht treffe ich Schattenherzen nicht, wenn ich das von hier mache. Okay, ich kann. Okay, ich kann eh nur zweit treffen. Oh, ich habe beide umgebracht damit. Nice. Oh, ich liebe es. Komm, du auch. Rass ab, endlich mal. Kannst du Astarion jetzt wieder helfen? Nachdem du ihn niedergestochen hast. Weißt du, das meinte ich ja nicht gerade. Diese Zauber, den er gemacht hat bei Lazele. Den er da hinten bei Lazele gemacht hat. Dass man von seinen eigenen Leuten angegriffen wird. Wäre super fiel. Ich habe das Falsche benutzt. Ah, verdammt. Ich wollte Sammeln nehmen und nicht. Das andere. Ups. Dann einmal schwingen. Kritischer Fehlschlag. Kann man machen. Muss man nicht. Aua. Aua. Komm zurück, Hund. Ich brauche meine Hilfe. Das war richtig praktisch. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ein Hund. So, können wir... Den Engel können wir nicht, ne? Nein. Schade. Hunden heilen. Wir könnten einmal... Müssen wir dafür hingehen? Ja, müssen wir. Ist nicht gut. Ich will da nicht hingehen müssen. Na komm, dann schlag sie einfach nochmal. Das hört sich so unbeeindruckend an, wenn man mit diesen Schreitkolben schlägt. Das Gute ist, dass der Oven keine Waffe hat. Also, was auch immer der für Angriffe macht, das ist einmal nur so ein kleines Anstupsen. Mehr ist das nicht. Boah, die ganze Wand. Was ist das denn? Iiih. Wir haben eine Blutwasserfalle an der Wand geschockt. Oh nein. Sehr gut. Zwei Gegner fehlen noch. Kannst du zu ihm rennen? Ja, kannst du. Bring ihn um. Nice. Kannst du den anderen auch umbringen, wenn du schon dabei bist? Bring sie um. Ja, wir haben es sehr gut gemacht. Danke für den Loot. Ich würde so gerne alles an Loot mitnehmen. Hör auf, sich hier Geräusche zu machen. Ich habe mich schon wieder erschrocken. Dieses verdammte Skelett, was wir haben. Ja, ich kann den ganzen Loot nicht mehr mitnehmen. Ich könnte Asarien und so noch geben, aber ich glaube, die sind auch ziemlich befüllt mittlerweile. Was nicht so toll ist. Wir können mal gucken, ob die irgendwas haben, was wir unbedingt mitnehmen wollen. Sieht nicht so aus. Was ist mit euch? Was liegt hier? Ah, hier ist ein Buch. Notiz zur Anatomie der Gedankenschinder. Wie schlecht soll er bei Ihnen... Haben wir das schon gelesen? Aus Forschungen gewonnene Erkenntnisse. Gedankenschinder müssen die Gehirne von humanoiden verzehren, um am Leben zu bleiben. Es heißt, der Akt des Verzehrs eines humanoiden Gehirns ruft einen Zustand der Euphorie hervor und trägt zu der dünnen Schleimschicht bei, die die Haut eines Gedankenschinders überzieht. Manche Forscher behaupten gar, dass sich anhand der Viskosität dieses Schleims feststellen lässt, wie lange der Perzehrvorgang der Gedankenschinder her ist. Und sogar, wie es um den Gesundheitszustand des Opfers bestellt war. Über das Gehirn von Gedankenschindern ist kaum etwas bekannt. Manche sind überzeugt, dass ihre Schädel mit Eiern gefüllt seien, die später zu den Larven werden, mit denen sie ihre Opfer knechten. Andere glauben, das Gehirn sei tatsächlich ein Bündel reiner Cerebralnerven. Da Gedankenschinder sich durch das Verpflanzen von Larven in Menschen fortpflanzen, sind Geschlechtsteile bei ihnen im Grunde überflüssig. Aber das konnte ich aufgrund fehlender schriftlicher Berichte nicht verifizieren. Na toll. Also haben wir wirklich nur so einen Riesen-Oktopus. Ein schlauer Riesen-Oktopus. Mehr war das nicht. Weißt du was? Der dampft ja noch. Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier was lese über die Geschlechtsteile von Gedankenschindern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob mich das freuen soll. Ich weiß nicht, ob ich es hassen soll. Bei eines bin ich mir ziemlich sicher. Es ist in der Tat sehr interessant. Nein. Die Vorstellung. Bestimmt haben die Geschlechtsteile und das ist irgend so ein babbeliges Tentakel-Schleim-Ding da unten, was da rumhängt. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so ein babbeliges Tentakel-Schleim-Ding. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so ein babbeliges Tentakel-Schleim-Ding. Ich weiß nicht mehr so ein babbeliges Tentakel-Schleim-Ding. Ich weiß nicht mehr so ein babbeliges Tentakel-Schleim-Ding.